Hallo, grüß euch! Ja, ich habe die mega News, denn ab sofort kann man bei mir ein Personal Coaching buchen. Im Internet findet man ja zu Genüge Yoga-Kurse, Bodyweight-Trainings und Trainingspläne. Aber oft einmal fällt es dann letztendlich an der Konsequenz und an dem, dass man es wirklich umsetzt. Und da komme ich für euch ins Spiel, denn ich werde euch motivieren, ich werde mit euch gemeinsam das Training durchführen und ich werde schauen, dass ihr auch realistisch eure Trainingsziele erreichen könnt und werdet. Das Ganze funktioniert so, dass ihr hier einen Termin bei mir ausmachen könnt. Dann treffen wir uns zu einem Erstgespräch, wo wir uns darüber klar werden, was du gerne erreichen möchtest. Das heißt zum Beispiel, du trainierst auf einem Lauf beim 10km Lauf, Gewichtsreduktion oder einfach die allgemeine Fitness verbessern. Was auch immer du gerne erreichen möchtest, das schauen wir uns an. Dementsprechend stelle ich dann einen Trainingsplan für dich zusammen und begleite dann dein Training so, dass du diese Ziele auch realistisch in einem obsehbaren Zeitrahmen erreichen kannst. Ja, wenn das spannend klingt und wenn du denkst, ja eigentlich würde ich das gerne mal ausprobieren, dann bitte macht sich einen Termin aus bei mir. Entweder anrufen, E-Mail oder direkt über den Buchungskalender was ausmachen. Und ja, ich freue mich auf euch. Ich freue mich mit euch zu trainieren. Ich habe viel spannende Trainingsvarianten. Es ist sicher für jeden was dabei. Es muss nicht immer High Intensity sein, sondern es gibt da ganz, ganz viele andere Trainingsmethoden, mit denen ich schon Erfahrung habe. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr euch meldet bei mir und euch die Trainingszeiten anschaut und mich zu eurem Personal Coach macht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße. Läu.